hallo und herzlich willkommen zurück in der zeit weiter schön dass ihr bei war immer 40k wo trader wieder eingeschaltet habt ja wir sind das letzte mal hier oben gewesen und wurden dann und dem könig wohl hier runter versetzt und wir müssen nach da da müssen wir hin da müssen wir hin full stone genau nach full stone müssen wir direkt von hier aus tatsächlich über eine grüne route reisen ja die druck harry überfallen den planeten und verschleppen tausende von bewohnern auf ihre schiffe ja wir müssen den kampf beginnen ich bin in der darmacht alarm die druck harry haben einige posten deines schiffs mit einer unbekannten xeno kraft blockiert beim satz und wird die kontrolle über diese posten mehreren runden zurückgewinnen und so das hier das hier und wir nutzen manöver meister könnten hier an die seite dann gehen wir hier hin ist okay und das war's das war's und 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 so und 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 damit ist der Kampf vorbei sehr gut wir dürfen ein Upgrade machen und machen und wir nehmen entweder ihn oder ihn ja wir nehmen das hier so damit ist auch die legion der sühne gesteigert ja da gibt es noch ein bisschen was gehen wir hier aus und was das jetzt können wir nicht landen tatsache anscheinend nicht das ordens des hammers okay dann checken wir mal das tagebuch als ihr eine idee habe ich dieses problem hier beheben kann dann gebt mir mal bescheid den googeln hat tatsächlich noch nichts ergeben ja wir warten auf meldung von dargonus das heißt wir stehen wieder hier hoch den gelben bereich wird das hier können wir nicht freischalten aber wir könnten ja mal ganz kurz in die kolonie verwaltung gucken okay da ist nichts zu tun hier war auch gerade schon geguckt da ist nichts zu tun hier ist auch nichts zu tun hier könnten wir entweder inferno oder ungebetene gäste effizienz minus drei oder sicherheit minus drei die mechanismen werden schon ganz cool wir gucken mal ganz kurz sicherheit drei haben wir ja effizienz drei haben wir auch dass das nicht bei bequemlichkeit abgezogen wird nun gut das heißt wir nehmen die sicherheit minus drei die magus mit metallurgicus schlagen eine gewaltige detonation tektonischer platten vor um die großen vulkan des planeten zum leben zu erwecken schmelzereien innerhalb ihrer flammenden schlote können plaststahl von unglaublicher reinheit produzieren die erdbeben die tektonische instabilität und die asche wolken die den himmel von kyavagama für immer verdunkeln werden sind ein kleiner preis für einen solchen erfolg das hier wäre das verbraucht sogar ok das verbraucht sogar würde aber wohl auf die waffen irgendwie raus zählen ok dann werden wir das inferno durchführen jawohl gut lord captain aus den steinbrüchen von wer was sechs erreicht uns eine bodo ein beunruhigender bericht die sklavenarbeiter haben den verstand verloren sie haben vergessen wie sie ihre werkzeuge einsetzen müssen sie kauern sich in gruppen zusammen und starren ziellos in die lehre selbst wenn sie ausgepeitscht werden die quoten werden deswegen nicht erfüllt manche setzen wie besessen ihre fingernägel ein um die blasphemischen symbole in ihre werkzeuge ein zu sitzen in maschinen selbst in ihre eigenen körper die wahnsinnigen unter ihnen haben die wände mehrere minen vom boden bis zur decke mit den symbolen bemalt und sind dann in den tiefen der minenschächte verschwunden kein 1 kein einziger wurde je wieder gefunden die werte sehen darin ein bewusstes spektakel um von den ausbrüchen und einer bevorstehenden rebellion abzulenken ok was sind das für symbole die die sklaven überall einritzen es ist schwer diese zeichnung so zu deuten dass sie sinn ergeben unnatürlich runde kreise durch linien verbunden die linien sind durch gruppen von punkten unterbrochen die muster können manchmal einer gewissen logik folgen manchmal sind sie einzigartig ich kann witz von ihnen bereitstellen nachdem du das wird studiert hast erkennst du dass die symbole durch eine merkwürdige logische sequenz miteinander verbunden sind wir sollten diese anomalie erforschen ich habe das gefühl dass hier etwas nicht stimmt ich werde eure befehle unverzüglich an werbosex übermitteln lord captain bedauerlicherweise gab es unter den wertern des zwangsarbeiter lagers nur wenige die zumindest ein klein wenig gelehrt waren die meisten der merkwürdigen gefangenen wurden während des verhörs schlicht totgeprügelt einer der werter aber der eine künstlerische ade besaß bemerkte etwas die zeichnungen der gefangenen waren zu systematisch sie konnten nicht einfach wirres zeug sein die sich wiederholenden elemente der linien und punkte waren so einfach zu ähnlich wenn es aber tatsächlich eine geheimsprache war dann war sie ob ihrer komplexität und der unmöglichkeit sie zu entschlüsseln gewiss nicht von einem sträfling entwickelt worden okay dann geht es mal hier weiter es braucht mechanismen ein bisschen was auf lager okay das macht dann bereits eiliger dienst und versteckte lehre okay das würde ich hier zumindest waffen geben was machst du hier entdecke abend okay extraktums okay ist vielleicht gar nicht schlecht das blockiert dass ich mich gleich plus zwei sicher plus zwei und das macht effizienz plus zwei super das gibt halt zwei dinge nun gut dann würde ich mal sagen wir fangen mit diesen dingen hier an okay wir fangen mit der effizienz an dann geht alles andere schneller ja ausführen die sträflinge werden sehr viel nützlicher sein wenn sie durch eine kleine argumentation am schlafen gehindert werden okay gut dann hierhin lord captain unsere astropaten haben eine nachricht von achilleas skalander auf dargonus erhalten es hat die daten er hat die daten des überfalls auf wea bus 6 genau studiert einschließlich der erwähnung der anführer der xenos er versprach die bemühungen seiner helfer darauf zu richten diese feinde der menschheit zu identifizieren damit ihr aufenthaltsort bestimmt werden kann meister skalander berichtet außerdem dass die drucari sich auf weitere angriffe auf euer gebiet vorbereiten informationen von seinen helfern treffen weiterhin ein und achilleas wird euch persönlich bericht erstatten sobald das ziel des bevorstehenden angriffs fest steht die drucari bestehen verstehen es hervorragend ihre gegner zu überrumpeln und es wird nur wenig zeit für einen gegenschlag bleiben laut meister skalander wäre ihre persönliche teilnahme an der verteidigung unter den gegebenen umständen die beste strategie okay sind wir bei janus lord captain hier spricht der leitende steuermann ravor die kuh ist wieder am grummeln diesmal aber zurecht unsere analyse systeme spielen völlig verrückt die roten roben verzeihung die techpriester geben dem zorn der maschinengeister die schuld offenbar verleihen sie so ihre verärgerung darüber ausdrückt dass die kuh nicht gläubig genug ist es ist uns gelungen den output der auguren und auspizien auf dem schiff größtenteils zu stabilisieren ihr solltet jedoch wissen dass die maschinen sich in letzter zeit wirklich äußerst merkwürdig verhalten das kann ich bestätigen lord captain die analyse systeme des schiffs haben sich eine zeitlang falsch verhalten die kogitatoren konnten keine statistischen daten generieren sondern haben bedeutungslose numerische kombinationen angezeigt die auguren konnten materie nicht korrekt analysieren sie haben sogar feststoffe für flüssigkeiten gehalten und umgekehrt dank der bemühungen der techpriester funktionieren die mechanismen des schiffs nun wieder wie vorgesehen es gibt noch immer sporadische berichte über ähnliche fehlfunktionen aber das sollten wir nun in den griff bekommen lord captain wir haben eine astropathische nachricht von dargonus erhalten achilleas skalander berichtet ein von einem skenos angriff auf ein handelsschiff in der stille von meer segred die koordinaten eines hypothetischen kontakts wurden an die kuh weitergeleitet wenn ihr euren untertanen unterstützen und persönlich gegen die xenos kämpfen wollt müssen wir uns beeilen es ist unwahrscheinlich dass ein handelsschiff in der lage sein wird den feinden der menschheit lange zu widerstehen ok wo ist das in der stille von mehr ok wir haben nur diesen einen das heißt wir gucken mal hier ins tagebuch stille von meer segred ok ich würde das halt gerne markieren ok mehr segred ok ok und und emperors gorge der der cauldron ich finde es halt irgendwie nicht wenn stars ok dann gucken wir mal hier ob wir hier die die das als system das als system finden hin hier hier ok das heißt wir preisen hier hin ok die die kolonie kiawagama ist in eine neue phase eingetreten ok sehr schön wir gucken hier nach lord captain auf kiawagama wurde eine merkwürdige anomalie entdeckt eine reihe von befehlen als prozedur 0c definiert hat sich in die produktionsalgorithmen gezwängt die diener des omnisaya definieren ihren ausführungsstatus als höchst heilig und befolgen ihre anweisungen daher genau innerhalb eines einzigen zyklus wurde wurden in allen manufaktoren kameras installiert die mit den berechnungskanälen der koordinatoren verbunden sind sie bilden muster ganz ähnlich dem der digitalen zellen auf den maschinen geistern die prozedur 0c befiehlt magie mit überdurchschnittlichen psi rezitatives index sich in die zellen zu begeben techpriester die ihren platz in den zellen einnehmen fallen in einen glückseligen datentraum in diesem lauschen sie binären hymnen ganz ähnlich wie denen die gelegentlich aus dem warpvox von kubis delfim kamen die leistung der manufakturien ist zurückgegangen viele der diener des maschinengottes haben ihre posten verlassen und fliehen um das privileg prozedur 0c erfüllen zu dürfen doch die enforcers haben die kontrolle über die zellen über übernommen und halten diese freiwilligen von ihnen fern was wissen wir über diese prozedur könnte das teil von delfims delfims vermächtnis sein wir können die quelle des aktivierungssignals nicht zurückverfolgen und wissen nicht was es zu bedeuten hat die techpriester sind dagegen die prozedur zu erforschen da das angeblich gegen das sakrament verstößt offenbar ist der verstand der magie in den zellen an irgendeiner groß angelegten berechnung beteiligt die diener des omnisire haben das cogitationsnetzwerk siebenmal durchläuterungsalgorithmen verschiedener schwere getestet und für rein erklärt ok vielleicht haben unsere berater ein paar worte zu sagen diese dinge müssen mit techpriester mit hoher psih sensibilität gefüllt werden ok aber warum sollten wir unsere diener verwenden sucht auf abgelegenen stationen und außenposten nach techpriestern die wegen unfähigkeit in die wildnis verbannt wurden dort findet ihr dreimal so viele geeignete kandidaten wie in den manufaktorien psih rezeptivität geht selten hand in hand mit hoher rationalität und solche techpriester beenden ihre karriere oft in der wildnis singen sie es überrascht mich dass eure spezies mit menschengemachten werkzeugen in der lage war eine solch harmonische form der interaktion zu erreichen meine verwandten setzen ebenfalls psychoakustische harmonikas ein um unsere schöpfungen zu führen ich selbst bin keine knochensägerin doch ich kann euren dienern vielleicht gewisse prinzipien näher bringen wie das universum klingt dieser blasphemische vorschlag verstößt gegen das informationseinheitsprotokoll ein signal das offenbar aus dem nichts stammt und höchste priorität besitzt die perfekte waffe um den planeten zu erobern sie sollten mit einem bann belegt werden und ich bin bereit einen kader kompetente tech exorzisten von der inquisition zu rufen die lehrt teil die weisheit eures volkes mit meinen leuten wir werden sehen ob die campans sei von den zivilisierten lernen können deine diener haben mit dem verhör begonnen und wollen das wesen und den zweck der mysteriösen prozedur ergründen sie sind auf uralte schöpfungen von datenschmieden gestoßen die in der heutigen zeit unmöglich wären und wurden von großer ehrfurcht erfüllt sie konnten die weisheit der digitalen archäothek kaum begreifen die blasphemische erforschung von xenowissen die als teil des verhörs erfolgt ist hat zu einer reihe ketzerischer schöpfungsakte geführt der geschwächte verstand der magie wollte die geheimnisse der eldari auf ihre eigenen forschungen anwenden die sünder wurden servo servitorisiert und die ereignisse ihrer arbeit in einem geschützten verbotenen verzeichnis gelagert ok ok gut gut ich glaube wir kommen zu spät ich glaube wir müssen das sind eine menge gegnerische schiffe immerhin haben sie uns im moment nicht blockiert okay wir gucken mal hier das enter kommando sehr nice okay wir fliegen ein bisschen nach okay das könnten wir tatsächlich so dann machen wir mal einen großen rundum schlag wir erhöhen die waffenreichweite okay die waffenreichweite ist nicht erhöht okay das ist jetzt natürlich doof aber ich kann ja noch hier hin jawohl das geht und dann die kommen von weit hier unten okay gut und wir drehen dich gott gut 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine neue Nachricht von Meister Skalander, Lord Captain, diesmal meldet er nicht einen weiteren Angriff, sondern den angeblichen Aufenthaltsort. Eines der Xeno-Anführer, Achilleas Adjutanten, haben berichtet, dass dieser Anführer einen Angriff auf die Paradieswelt Grantis leiten wird. Die Sache hat nur einen Haken. Der Planet gehört Caligus Winterzunder, einem weiteren Freihändler. Meister Skalander bemerkte in seiner Nachricht, dass die Beantwortung eines Notrufs wohl nicht als Eindringen in fremdes Territorium angesehen wird. Der Gouverneur von Grantis wird höchstwahrscheinlich einen Hilferuf senden, sobald der Überfall beginnt. Und wenn euer Raumschiff zufällig in der Nähe ist, wird niemand eure Gründe für die Landung in Frage stellen. Dann schauen wir noch, wo sich Grantis befindet. Das Problem ist, wir haben keine Einsicht des Navigators mehr. Ja, aber wie wir von hier aus weitermachen... Ah, obwohl, wisst ihr was? Dann fliegen wir mal hier hin. Und wir fliegen hier hin. Den Forster des Schiffs haben die Offiziere informiert, dass auf dem Deck mit dem Astropatenkamm eine merkwürdige, insektenähnliche Kreatur erschienen ist. Das Wesen wurde zerstört. Doch einige Tage später dachte man wieder an den Zwischenfall, als einer der Astropaten den Verstand verlor und sich kreischend über mörderische Kopfschmerzen beschwerte. Der Psioniker starb kurz darauf und die Autopsie zeigte, dass unzählige aufgedunsene Larven dabei waren, sein Hirn zu verschlingen. Der Leichnam und die Insekten wurden sicher entsorgt. Okay, wir reisen noch hier hin. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten, für Däumchen hoch und dass ihr mich auf dieser doch sehr, sehr coolen Reise durch das Wäume-Universum begleitet. So verbleibe ich. Euer Sven. Ciao, ciao.